Ich halte die Aktion einfach für genial. Sie passt übrigens typisch zu Berlin und zum Jetzt, in dem wir leben. Wir müssen gestalten nach vorne. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung braucht neben viel Spaß und Lebensfreude auch Führung. Und für die Führung brauchen wir natürlich Landwilder und Vorbilder, die kompetent sein müssen.